Die Fans sind jetzt sowieso auch die ganze Saison schon richtig mit dabei. Ich hatte heute das Gefühl, sie haben auch noch mal eine Schippe draufgelegt. Wie haben euch die Fans heute mitgenommen? Das war super. Die haben uns die ganze Saison unterstützt und das bedeutet viel für uns. Musik 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 Ho, 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 ho. Ho, 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 ho Es war ein richtig geiles Spiel heute mit den Fans, vor allem was sie für Stimmung gemacht haben und für mich persönlich und für die ganze Mannschaft, uns freut es natürlich immer, wenn wir gefeiert werden, deswegen heute war es ein grünender Abschluss und es hat richtig Spaß gemacht in die Kurve zu gehen und so soll es natürlich öfter und immer so vor allem zugehen hier im Stadion. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!